Okay Ein Tank, der Was ist das bitte? Ja, und zwar Was sie im Video sagen, das ist Ein Tank, die Seelen Deiner Gegner raubt, um stärker zu werden Der sieht voll nice aus, aber Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte hier mal diesen Rampage Ausprobieren Also ich nehme wieder Dingens Greystone Alter, ich kann nicht drehen Der sieht aus wie Malfight, ich spiel den Oder wohl, vielleicht spiel ich mal eine andere Rolle Schmitty, du musst noch annehmen Ich muss schauen, wenn ich überhaupt spielen kann Aber Leute, ihr müsst auf bereit drücken, danke Wir haben nicht mehr so viel Zeit, also ein Game müssen wir noch hinkriegen Icecourt Hi Wie du ihn auch immer gern nennst Icecourt Icecourt Ich wollte mal sagen Genauso wie Paladins Sagt einem hier Paragon auch außerhalb des Fensters Bescheid, dass man Echt? Dass man ein Spiel hat Kann ich den picken? Du wählst in vier Zügen aus Ja, ich Du kannst zwar schon eine Vorauswahl treffen Aber du kannst dir nicht sicher sein, ob du das auch spielen kannst Das finde ich voll komisch Du gibst damit ja sozusagen eine Präferenzkunde Ja, genau Würdest du mal bitte auswählen? Und ausgewählt Okay Ich weiß das noch nicht Also die kann ich jetzt nicht mehr spielen Ich weiß das nicht, manche sind ja durchs Level begrenzt Aber hier werden mir trotzdem alle zur Wahl gestellt Oder habe ich schon ein ausreichendes Level Um alle Champions zu spielen? Du kannst schon alle spielen, würde ich sagen Mit fünf Ach so Voll nice Also ich habe erst drei Ich habe noch voll viel gesperrt Acht Stück sind es, glaube ich Nee, du musst Du hast tatsächlich alle Du kannst dich hier nur entscheiden Die Meisterschaft für sie zu kaufen Weil du sagst, du spielst die ausreichend genug Okay Champ macht hier einen auf Warum ist eigentlich das Ding da? Dieses Sternchen? Das sind die, für die du, glaube ich, schon die Meisterschaft hast Oder für die du Ach nee, das sind alles leicht Ach, du hast nur die leichten? Nee Gut, komm Ich bin der Tod Der Tod folgt euch bis nach Hause Den will ich sehen Also ich habe im Ding gesehen Da gehst du ganz nah ran Saugst du raus und du stirbst dran Dann kriegst du Leben Ich werde euer Tod sein Nein Ich bin wirklich so wie ein Diablo I'm Batman I'm Batman Das ist mir egal Ich werde sie alle töten Bin ganz lieb Vor allem, ich bin Ich bin nicht wahnsinnig Es wirkt oft so Aber ich bin es nicht Alle anderen sind wahnsinnig Versteht ihr das Prinzip? Nicht ich bin der Verrückte Es gibt auch so einen schönen Spruch Irgendwie nach dem Motto Wenn man Wenn man das Gefühl hat Irgendwie man in einer Irrenanstalt zu sein Sollte man schnell Nee So Jetzt Das Gefühl ist nur Verrückter Es sollte man schnell Prüfen ob man Pfleger oder Irrer ist Heiltrank, Mana-Trank Mega Und Sehende und Tote Oh die Waffe sieht schon Oh die Alte Seht schon cool aus Boah du siehst schon geil aus Du mies Weeeee Jo Okay was haben wir denn Der Sauger Aktiv 70 Fähigkeitsschaden Oh der steckt Okay Ein Seelenstapel pro Untertanen 3 pro Heldenkill Oh mit dem werde ich Oh oh Das klingt für mich nach einem Nasus Äquivalent Oder ein Ich gehe als erstes auf den Kuh Das scheint praktisch zu sein Aber dieses Unterkriegen Doch da nicht Flächenwirkung Das ist ein Nasus Okay Also gut Cool the dogs out Wo Also da kommen wir Erstmal drei Auf der Sekunde Ist der Hammer Blutig Oder täuscht das Bleuchte bei meinem Hammer Klipp Blut Neckar Ah Faye Und Twin Blast Na das wird lustig Was macht der da jetzt Fähigkeit kann noch nicht Verwendet werden Alter Der Champion ist schon ziemlich cool So jetzt Minions Ausschweren bitte Da kommt ja einfach so ein Gegner her Ich habe den Schaden mit einem einzigen Schlag gedrückt Oh 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 Ich ziehe mich in Tower zurück Da haben wir Bärnschein kugeln Um die Karten zu stellen Ja ich weiß Ich weiß Spiel Ich weiß Nee weiß ich eigentlich nicht Boah Nein 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 Erikser Nein Ich mach mal ein bisschen Minions am Arsch Was hast denn du da für ein Gadget Ich hasse diese Fernkämpfer Ich muss gankt werden So Ja Okay meine haben sich zurückgezogen Meine Bots Oh 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 Nicht gut Ich glaube ich sollte mal ein bisschen weggehen Lol Ja geslide Junge Äh äh warte es ist immer noch kein Bild da So nebenbei Niklas Wie kein Bild da Statsch hat gerade kein Bild da Warte Oh What the fuck Ja nice Da ist Parra ein bisschen verwirrt Ach scheiße Ähm Sekunde mal Äh Ne ist gerade so nicht Ist die jetzt besser? Ich weiß noch nicht Ne Level Aufstiegs Sehr geil Das ist dieses blöde Fenster was das jetzt verbuggt hat Ähm Weil sie da einfach scheiße Die Quelle nochmal raus holen Und wieder rein Äh ich muss die Quelle Ich muss die Quelle wahrscheinlich komplett rausnehmen Neu hinzufügen Wegen diesem Weil dieses scheiß Fenster das Kaputt gemacht hat Ähm Ähm Ist ja alles immer als alles Das neue Sachen als allererste sind gefühlt Äh raus hier raus hier raus hier raus hier Das würde ich ganz gerne Ja hallo OBS spiel mit Ja ein bisschen freezen das ist gut Wo seid ihr eigentlich seid ihr hier äh rechts mitte oder Mitte 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 mit dem random Pup Ich seh ich hier gerade alles weg was geht nein nein kann man nicht okay warum seht ihr denn immer noch wieder nichts stehst nicht ganz interessant mal spiel einfach mal und guckt dann hier mache ich ja ja dann sagt einfach mal ja also youtube und obs zeigen wir noch black screen obwohl ich das spiel wieder zugefügt habe so jetzt so was noch mal geometro und nein es ist hier also ich schließe es mal alle jetzt gleich mit ja sind ja geht es leid junge sollte offen bleiben das tut mir jetzt echt leid ja sehr schön man muss das laufen level aufstieg so muss das sein sekunde mal ich muss den stream kurz abbrechen ich bin sofort wieder da das ist ein bisschen krass da können wir es noch nicht ein bisschen zurückziehen mal ein bisschen geben ist schon ein bisschen beschuldet dass das einprogrammiert ist dass das wir dieses kleine fenster von wegen hier ja game geht weiter zum also gleichzeitig wie alles andere das entfernen ja hinzufügen spielaufnahme aber dann würde gerne ein bestimmtes fenster erfassen und ich würde gerne orient das client win shipping extra paragon würde ich gerne fassen das ist doch das das ist ein oh nein 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 meinst du dich das hier hin weil es da hingehört aber ich bin tot weil ich jetzt aufkava ja genau das wurde der torm auch zerstört warum sieht man das denn jetzt nicht ich muss aber ich muss ich verlegen der linke die linke seite sie ein bisschen stark jetzt nicht mehr ich glaube tatsächlich dass diese tat dass das dass das einmal passiert ist hat das komplette spieke als komplette fenster kaputt gemacht sonst so leute woher das ist krass okay so dass ich verstehe es einfach nichts ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen wegslägen hier immerhin kriegst du noch den gegenwitz zu erinnern nein ich habe mich aber schade so ich ziehe mich jetzt noch mal ein bisschen zurück minimiere noch mal ich probiere mal was ich probiere mal was sehr dummes aus die effekte sind schon gut gemacht ja die effekte sind mega geil aber jetzt wäre es schön wenn die zuschauer das sehen könnten ob es macht nicht ein bisschen aggressiv oder youtube oder was auch immer hier wieder probleme macht warum können gewisse die nicht einfach funktionieren ich kann ja nicht alleine hin leute jetzt mache ich mal er ist gut ich hoffe dass ich mich auf die art und weise nachdrehen kann ich das auch bei loll wird das spiel ist zusammengebrochen ist man kann einfach in die partie wieder rein er ist noch so muss man das nicht auf drei verschiedene schicken ich hab's auch langsam auch begrüßen hat er selber geschrieben ich schreibe hier ich weiß ein bisschen dass wenn ich an drei wo jetzt zeigte mir den zeigte mir den launcher an aber nicht ich versuche ich start das spiel doch neu jetzt wartet man mag ich ja aber wenn du den server dann kann der kanal anderen lautstelle genau so wenig wie ich jetzt schnell zurück das stimmt das fenster es kann doch nicht schwer sein das hier sollst du machen ok und sollt unser linker tower okay ich muss sein schmidi ich komm warum ist das denn immer noch black screen ich würde der partie wieder beitreten die grafikeinstellung hat sich umgestellt ja von vollbild im fenster du hast den gekriegt schmidi ja wie viel level hängt so fast gar nicht weiß nicht passiert ich habe zwei gekriegt noch und jetzt habe ich die probleme sagt weg mit dir ich mag den charakter das ging sehr schnell alter ich wollte seine seele essen also ja dann sagt das doch nächstes mal dass ich den hoppen darf ich muss zurück so jetzt jetzt kriegt meine ulti obwohl eigentlich heimtische wieder dass ich aus dem hier eine taste gedrückt da war ich das mich schon weg dass ich dabei die backporten animation sieht auch cool aus da kommt zwei vorgaben in der mitte so den damage märmer so geht doch das ist doch einfach schon das tut mir wirklich leid dass er das dafür dass es passiert ist aber vorher ging es und jetzt kann man erst auf einmal nicht mit dem nativen vollbild klar da musste ich halt kurz ja muss ich erst mal allen dass es in der grafikeinstellung liegt gut mir leid ja so muss das laufen hier jetzt will ich aber gern mal ein bisschen so jetzt leid okay das ist ein dash den ich nur alle 14 sekunden habe lecklich im arsch ja das war nicht ganz so optimus moment mal moment mal weg hier weg hier das gefällt mir nicht aber die mittleren die sollte jetzt ja die ist es relativ es ist es ist schon es ist richtig es ist schon gut gemacht keine frage es ist es ist ein schönes spiel auf jeden fall und dieser tot mit der mit dem hammer speer ist ein geiler charakter habe ich dir was schönes empfohlen ja auf jeden fall alter schwede ich hab halt tank gesehen das war auch so moment mal der macht der drückt halt den schaden des todes und zwar auf der karte siehst du das habe jetzt über den grünen punkten gesehen grünen jahr ist auf der karte da sind große die sind stark ja das ist die das ist so was die golen ist dann die rechnung oder ja große dinge und wenn ihr diese töte ist beziehungsweise angreist dann füllt sich dieser dieser diese runde kugel mit mit wasser und dann passiert das wurde im tutorial erklärt ich wusste es nicht weil die kugeln kenn ich nicht da war was anderes davor auf jeden fall die kugeln haben sich gefüllt und da war gerade ein gegner der hat die kugel nämlich angeschossen schnell weg schnell weg steckt bleibt hier drinnen ja obwohl er hat einen doppel gemacht doch habe ich von sein mitbekommen die ein habe ich bekommen ein kehrer sich bekommen haben ein eis court geht jetzt als gott jetzt als gott wo muss man noch helfen rechts ist kaputt auch bei uns rechts ist auch kaputt ich wollte gerade aus dem 0 einsetzen aber wenn er rechts kommt dann können die beiden weg machen das neck mit easy weg links kommen rüber und zu euch was so dass wir du hast die park alter 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 nein 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 die snack hat mich weg und dritter und da bin da bin da ich lass dich noch ein bisschen pushen dann oh es ist noch dabei tun was ist weg daher kommt ja wieder der hund und wo geht du hin ich dachte du bist so ein typischer mit laner hauptsache fahren ja nein warum gehst du auch mit so wenig leben in einem vollen gegner rein und sagt dass du vorgehst ja ich bin tank glaubt ich muss was ankündigen was ist mit so wenig überhaupt live das ist nicht wenig das rechtzeitig kreischend wegrenzt hast du keine tode immer dann zu snacken aber dann rennst du wieder kreischend weg mag ich mag hier die marke die marke hier hast du erding spielt magiker unsere mittlere ist auch wie schnell ging das bitte ja stimmt ich muss ich doch die mitlein mal ein bisschen freiräumen am anfang habe ich dir richtig viel schaden wird er ist doch doch mehr ausgehalten als ich dachte das war eine recht gut gemeinte aktion ich wundere mich dass du sie überlebt hast da muss ich zurück ich finde die ulti von dem aber auch ziemlich cool naja gehen wir zum inhibitor das funktioniert nicht dass es nicht angeht zum inhibitor links 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 meine güte den hübschern attack ist dem scheiß egal dem jungen ich habe doch nicht glaube ich habe drüber da super ein gespiel ja weg mit der ja und sein inhibitor ist da und scheiße war noch so ist das 20 konzentriert auf die linke das durchgehend ist ein problem den müssten wir stoppen ich komme von hinter dem lenke ein bisschen ab ich komme von hinter ihm ja ich krieg ein bisschen was auf sich überlebt ja doch frage mich eine stunde wieder schon schauen aber ja komm macht die mitlein weg obwohl wir eigentlich lieber rechts durchpushen sollten weil da fähigen zwei tower ja das haben wir schön gemacht ich gehe noch hier ja fahren ruhig mal ein bisschen man muss ja mit das sollte dann bald zerstört sein ja genau den habe ich zum schluss noch mit meiner wiederbelebung noch ein bisschen kaputt gemacht jetzt zieht sie mir den kill noch ab voll hast du ein boost niklas geflogen was ob du ein boosters ja auch rechte maustaste ist eine fähigkeit mit der ich halt ein paar meter vorteil geht das jetzt dann geht immer an sich röst mit geräten alter nanananananananana batman batman weiß nicht wie das funktioniert so noch zu dritt nein 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 neil war er nicht ich bin angeblich voll in die fähigkeit von dem line gedasht wir haben ihr leben hier angriff das geht doch gut nein es gibt so an sich und hier meine wiederbelebung noch nicht das dauert immer so lang hätte es voll still anscheinend gut zu wissen ja interessiert aber überhaupt nicht mehr nicht wirklich 20 sekunden nicht da wir haben glaube ich ein kleines problem ich glaube wir werden verlieren jetzt rechte lane rechte lane müssen wir durch wenn wir die durch sind die rechte ja da steht nur noch der inhibitor ja stimmt wenn wir die tot gekriegt haben müssen wir sofort auf die rechte lane gehen gut ich bin gleich da ich muss so lange fahrer kern ich habe tausend punkte gemacht ja das auch da kommt schon der nächste dann machen wir noch mal weg zwei nur lesen ach so warte erstmal ja okay ich habe meine videobelegung das heißt ich kann hier voll rein das war ein bisschen schaden das war krass ich muss weg rechts müssen wir noch die fremden zu nehmen bei verteidigen so also rechts ja also entweder spiele also ich habe mich ein bisschen mega unkoordiniert spielen erstens das ein spieler mit einem spieler weniger ja schon dann hatte ich noch technische schwierigkeiten dann hat du bist du nicht durchkommen wir müssen mal ein bisschen wie gesagt bitte bin ich durch mitte bist du nicht durch das schädel und hauer wenn er mit den medien ich bin ja komm die mauchen ist aber komisch okay jetzt muss ich rennen Warum ist keiner hinten? Will die mich verarschen? Wie ist die denn verreckt? Ja. Au, au, au. Der Tramp, geh, push du ein bisschen. Ich, ich defende. Okay. Oh Gott, das wird schwimmen. Der ist jetzt schwer. Nee, wir haben verloren. Ja, wir waren echt unkoordiniert. Ja, war richtig unkoordiniert. Ja. Vor allem, da stirbt die einfach da hinten, ohne was zu sagen. Wer denn? Was denn? Wo denn? Wie ist es mitbekommen? Oh Gott. Ja, sorry, das war jetzt mehr oder weniger semi-erfolgreich. Sorry.